Ich empfehle den schönen Oporenel 6 5G zu kaufen. Hallo liebe Freunde und Anhänger des Senders heute, ich präsentiere euch ein neues Video über den wundervollen Oporenel 6 5G. Ich hoffe euch gefällt das Telefon. Abonnieren Sie jedoch vor dem anschauenden Kanal, um Ihnen alles Neue anzubieten. Lass uns gehen, meine Freunde, schau dir das Video an. Netzwerktechnologie GSM CDMA HSB ACDMA 2000 LTE 5G Start angekündigt 2021, 27. Mai Start ist in Kürze verfügbar. XB Veröffentlichung 2021, 11. Juni Körperabmissungen 156,8 x 72, 1 x 7,6 mm, 6,17 x 2,84 x 0,30 Zoll, Gewicht 182 Gramm SIM Dual SIM, Nano SIM, Dual Standball Anzeige Typ AMOLED, 90 Hz, 430 Netz, Typ 600 Netz, HDR, 750 Netz, Peak Größe 6,43 Zoll, 99,8 cm², 88,3 % Bildschirm zu Körperverhältnis Auflösung 1080 x 2400 Pixel, Verhältnis 20, 9409 Bedichte Schutzkone in Gorilla Glass 5 Plattform OS Android 11, Coloros 11.3 Chipsatz Mediatek MT6 877 Abmissung 905 G, 6 Nanometer, CPU Octa-Core, 2 x 2,4 GHz Cortex A78 und 6 x 2,0 GHz Cortex F55 GPU Mali G78 MC4 Speicherkarten-Steckplatznummer Interne 128 GB, 8 GB RAM, 256 GB, 12 GB RAM UFS 2.1 Hauptkamera 3 x 64 MP, 1,1,7, 26 mm, Breit, 1,2,0, 0,7 Ohm, DAF 8 MP, f2,2, 119 Grad, Ultraweit, 1,4,0, 1,12 Ohm, 2 MP, f2,4, Makro Mit ADD Blitz, HDR, Panorama Video 4K at 30 FPS, 108,0 P at 3060 FPS Selbstkamera Einzel 32 MP, 1,2,4, 26 mm, Breit, 1,2,8, 0,8 Ohm Eigenschaften-Panorama Video 108,0 P at 30 FPS Sound-Laut-Sprecher-Jahr 3,5 mm-Buchs-Nummer Comps-WLAN-WiFi 802,11 A-B-G-N-A-C-6 Dual-Band, Wi-Fi-Direct, Hotspot Bluetooth 5.2, A2-DP, Le, Apex GPS-Jahr, mit A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS NFC-Nummer Radio nicht spezifiziert USB-USB Typ C 3.1, USB unterwegs Eigenschaften-Sensoren Fingerabdruck, Unteranzeige, Optisch, Beschleunigungsmesser, Kreise, Nähe, Kompass, Farbspektrum Batterie Typ Lipo 4300 mAh, nicht entfernbar Laden-Schnellladen 65 Watt SuperVOOC 2.0 MISC-Farben Schwarz, Blau, Aurora Modelle Packen 00 Preis ca. 360 Euro